Sie sind ja auch voll auf dem Boden, aber als wir weggehen, das ist ja schade. Fährst du noch, komm mal einen Moment. Er Nox hat doch eine Skarte. Er schießt gegen die Wand, wenn er jetzt abwürgt. Ja, deswegen nehmen wir auch statt. Das war fake. Wacht euch mal rein. Erstmal mit flankieren, Mike. Ich würde sagen, hier nicht. Dann schießt er drauf. Wo ist er? Einer ist tot, aber er ist sicherlich nicht allein. Da hinten ist noch einer. Ich seh nix, ich wackele auch zu stark. Hinten ist einer wieder. Medic, Michael Stone. Weimar, bitte zu mir. Ja, das ist die Frage. Geh mal, bleib unten, bleib unten. Er ist noch nicht tot. Jetzt ist er zurück. Gebt er Rückendeckung. Ja, aber die Wache hat übelst von Rücken. Fuck. Die rennen weg. Ich weiß nicht, wohin sie wegrennen, aber eindeutig nicht irgendwie weg von uns. Ich will mal kurz schauen. Die drei sind down da hinten. Ich wackele noch ein bisschen. Ja, ich flicke jetzt weiter in den Rücken ab. Gebt mal bitte down. Gut, du verstehst nicht. Ich fühle mich gerade hier an der anderen Stelle. Karselkuss. Ja. Das ist der Außenmeinheit meines Einsatzbereiches. Ich wechsle auf M8. Oh fuck. Feindbeschuss aus Richtung Westen. Lidlbörd. Lidlbörd. Unbewaffnet. Unbewaffnet. Unbewaffnet, Herr Lidlbörd. Der Lidlbörd ist unbewaffnet. Es sind Amerikaner drauf. Es sind Amis drauf. Abschießen, ja, nein. Beschuss auf Lidlbörd. Ein Armee ist tot. Und jetzt, Alter. Ja, das sind die Kleine. Können wir so erledigen. Ist der Feindkontakt aus Richtung Westen erledigt? Jemand verletzt? Ich weiß nicht, ich habe auf einen geschossen. Aber den habe ich nicht mehr gesehen, wo er hingelassen. Er ist Richtung Laballon zu bekam. Ich glaube, er war Westen, oder? So, ich schaue mal kurz auf die Map, Jungs. Gut, wir müssen nach links. Feind ist erledigt. Richtung Norden. Richtung Norden. Ich bin getroffen. Hey. Feindkontakt erledigt. Ja, erledigt. Leute heilen, die geheilt werden müssen. Und dann geht es weiter. Wer getroffen wurde, würde sie antagieren jetzt. Ach was? Wo ist Westen? Ja, positiv. Kann ich eine Granate beschließen? Ne, lass mal, wenn er es sich nicht zeigt, zeig es sich. Aber behalte es da bitte im Auge. Hey, aber hier deckt jemand mal links, vor allem da wo die Leichen... Ja. Nein. Hier geht es Mike. Jo, Mike, du stehst immer auf ihn. Christoph, wie geht es dir? Mir geht es ja nicht gut. Mir geht es gut. So, Labal. Sobald ihr da alles gedeckt habt, gegenüber von dir sind mehrere Häuser rein. Zwischen die Häuser rein. In die Gassen rein. Direkt geradeaus bei dir. Direkt nach vorne. Was sieht ein, wo gerade der Little Bird abgestürzt ist. Genau, genau. Also in die Richtung des Little Birds, kann man so sagen. Was war das? Weil in die Richtung ist das Hotel. Die Explosion vom Little Bird. Ah, okay. Und nimm deine Leute mit. So, und wir decken sie dann. Ja, ne. Ja, ja, geht hinterher. Wir decken das hier ab. Hören die mich? Ne, die hören mich nicht, ne? Also wenn das die Amis waren, wenn das der Trupp war, die dahin sollten, dann haben wir die erledigt. So, Simon und sein Buddy gehen jetzt den letzten drei Typen dahinter her. Verstanden. Und wartet immer bis sie ein Haus voraus sind und dann erst hinterher. Verstanden. Geschoss, oder? Ja, die machen das, die machen das. Hoffen wir es. Ich zittere stark. Ich zittere stark. Armee? Richtung Osten. Oh, perfekt. Down. Richtung Osten? Ja, ja, ist tot, ist tot, ist tot. So, und dann Jungs rüber. Nicht ihr, nicht ihr, nicht ihr. Nicht ihr, ich meine. Ja, ja, ich guck nur mal rücken. Ähm, ich meine hier da, Simon. Ähm, rückt da Richtung Labal auf und geht in die Gasse rein. Wahrscheinlich. Von Norden. Ich fände jetzt Nordwesten hier. Nordwesten. Nordwesten, ja. Mach die Tür nicht zu, dann bist du tot. Leider, ich bin ein Baddy. Leider, ich bin ein Baddy. Ich bin ein Baddy. Derjenige, der sich da umdreht, ist denn ein Baddy. Ja, ich bin nur mit konzentrieren, ich bin hier mitten in der Schlusslinie. Ja, dann bleib an der Ecke und du mit Q und E deine Neigung anpassen. Ja, dann haut drauf. Ähm, fauf die auf der Stütze. Oh! Ja, der Kerl, ist okay? Ja, bei mir ist er, ist okay. Gut. Ähm, wo ist hinter dir? Ja. Ah, da ist ein DC-M jetzt gerade unsere Leute. Kannst du hier mal kurz nach hinten decken, bei mir? Bei uns hinter dir. Oh! 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 Oh, hast du beide Handels ausgedrückt? Ja! Wait, da liegt noch ein Ami. Ja, warte, liegt noch ein Ami. Von der, von der ist kein Problem. Da sind mehrere drin. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ja! das kam von hinten und von links wenn ihr in richtung haben wir schaut hinten einrauchen hat jemand rauch ja ja die ich hab scheiße zu einrauchen ja zieht zurück nach hinten und dann passt einfach rund um sich an jemand ziehen ich nehme mich welche ecke zon haben wir es oder nicht so haben wir es und sieben sollte ich mal bitte um mich kümmern das heißt hinten das heißt wir müssen ja eine kante los da wird nicht geschossen hat gesagt hinten an das andere team falls ihr es hören wenn die richtung hotel gucken ist beschuss ich weiß nicht welche welche sind es das muss glaube ich westen sein es leckt ich schaue mal von anderen seite achtung laki kommst du laki laki komm ich bin wieder wach ich schaue mal hier mal deckung sind als krankenhaus ich sehe sonst nichts schau du mal einfach mal allgemein schauen ich sehe nichts da ist der ich habe hier zwei geil mehrere leute im ding drin wo direkt vor uns 80 grad da drin 80 grad ja das sind zivilisten oder das sind zivilisten nicht schießen ich glaube der amerikanische general ich glaube der ist schon da wegen macht mal ein bisschen schneller bitte so leute ich weiß nicht woher der beschuss kam ich habe geschaut auf der anderen seite ist nix von welcher rechten ach so 220 bis 180 180 bis 220 von da kam das ungefähr schätze ich mal standen scharf schätze weil der hat nur einen schuss nur ein okay ja nur ein einziger also drin ist alle sauber groß ich hoffe mal dass der informant keine journalisten also ich sehe bei dem krankenhaus nichts aber ich habe gesehen dass hier von rechts beschossen wurde ja ich will noch ein bisschen das haus klären macht ja mehr spaß wo bleibt ein labal da gut da kommt er schon perfekt 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 ich habe nur geschaut so jungs wir werden gleich das gebäude hochgehen das gebäude so offen wird dass pro hauswand also zum beispiel es gibt vier hauswände ne weil das haus ist ja viereckig ist pro hauswand zwei türen gibt es zwei türen also was heißt türen zwei zimmer und in der mitte des gebäudes ist es noch eine tür mit der treppe genau neben der treppe ist noch ein noch 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 ein noch ein raum na leider die nicht funktioniert das heißt einer nach außen richtung nordost sagen oder suchen und bestimmt am besten die feinde oder die nacht uns wenn sie irgendwas sieht übrigens die feindkontakte in der lobby sind ausgeschaltet worden eins sind noch übrig sind eins sind hier noch lebenszivilisten und eine verschreckte rezeptionistin es gibt noch eine lobby ja ich weiß ich meine diese lobby hier wer geht da lucky so labal gut dann lobby sichern beide wir warten wir kommen mit kommt jetzt mit so wir kommen mit so labal achte darauf dass sofort die zwei leute halt hochgehen aufs dach und richtung norden schauen ok so mein team mitkommen so die erste etage vergisst nicht pro etage neun räume also ihr müsst neun räume clear die erste etage clear kristoff mit seinem buddy verstanden oh der rest komplett warte tschuldigung 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 kommt clear sicher nach rechts wir sagen der da ist hier lucky mit seinem partner ähm simon mit seinem partner kann man die türen aufmachen nein und ghost kommt nicht sicher sicher gibt es von hinten ok äh sie stirbt äh sollen wir sich die lobby sichern sicher sicher ich soll die leiter nehmen die anderen nehmen die treppe patrick das ist die leiter west ja und ähm ähm was heißt lobby sichern und was heißt sicher sicher dann finde ich beide gleichzeitig erste etage sicher wir auch verstanden sind nur wir drei oder wir auch verstanden dann bleibst du mal ähm äh im flur stehen im treppenhaus hier lucky 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 schau rechts hier lucky christoph in die dritte etage aufrücken was ist schau mal rechts schau links das müssen wir schnell machen woets zu hat es zu me etwa wartet lani lani der ��cker j크� ich bin Trocken hier dazu Ich gehe in die dritte Etage, komm mit. Ich bin leider hoch. Mike, zweit Etage ist clear. Gut, alle zur Lobby, ich hab den Typen gefunden und töte ihn jetzt. Alle wieder in der Lobby versammeln. Nimmst du Austin? Beschuss! Beschuss! Beschuss, Beschuss, Beschuss aus... 40 Grad, 50 Grad. Alle, Beschuss aus 50 Grad, 50 Grad. Mike? Ja? Okay, ich hab noch... Labal wieder in der Lobby verlassen und die Truppen auf dem Dach sollen mal bitte Richtung 50 Grad schauen. Noch relativ gut, wir haben nur schwerer Beschuss aus Osten von irgendwo, von denen gehabt. 50. Korrigiere 50 Grad. Mike, hörst du mich? Ja. Äh, da ist nix. Nix? Okay. Hinten zu viel wie wir sind. Okay, okay. Wow, 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 wow! Da ist was! Deckung, Deckung! Deckung! Kommt aus, eindeutig aus Richtung 50, 60 Grad ungefähr. Hier auf dem Balkon, dann schaut's vom Balkon aus. Pass auf, Alter! Wir haben, wir haben was, wir haben was! Geht Deckung, geht Deckung! Geht Deckung! Geht Deckung! Ein MG auf einem Dach! Was ist ein Dach bei dem Scheiß? M-Schön ins Team, glaube ich. Keine Ahnung, was schnappt das denn von da aus? MG auf ein Hochhaus! Auf 20 Grad! MG auf A 90.. core ne 70 Grad ungefähr ist auf dem Dach! Positiv 70 Grad Ist down, hab ihn Ach, der Pferde getroffen Gut, der Feinkontakt scheint ausgelöscht zu sein An ein Team, wir treffen uns unten in der Lobby und drücken weiter vor Wo ist unser Team? Irgendwo ist ein Sniper, Jungs Habe Luftabwehrradar gespottet, Richtung 20 Grad Hier Team, lerne mal an alle, wir stehen unter heftigem Sniperbeschuss Das ist erstmal scheißegal Das ist erstmal scheißegal Das Lightband ist ja jetzt nicht, höchste ne EG-Stellung Deko, Deko, das ist ne Stryker Rpg, 3a Alle verteilen, alle verteilen Oh oh Bis auf, du musst treffen Ich bleib stehen, Moment, ich bleib stehen Ist nicht gut Hier ist sicherer Warte lieber ein bisschen da ran, dass du auf jeden Fall bist Malte Oho Komm hier, komm hier um die Ecke Was soll, da bist du Ja Nochmal Ja, ja Alter, das ist ziemlich uncool, wenn ich wieder versemmel dann Passt auf Aaaaaaah GL, HV Wie sieht's aus, Christoph? Ich weiß nicht, ob ich treffe, ich kann's probieren Soll ich die Entfernung messen? Das ist, das kommt auf mich zu Achtung Uhhh Nein Du guck dich Uhhh Wo ist der hin? Müsste da sein Äh, Team Labal rückt auf Die sind jetzt ein bisschen weiter nördlich Äh, düdlich von der... Drecklich durch den Arsch zu uns, Christoph, geh weg Ich hau einmal drauf Oder wir hauen gleichzeitig Komm parallel zu mir Geh weiter auf die Straße, dann hauen wir drauf Leuch Wow Pfff 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 Pfff